Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Spiegelblick mit Blitzberatung Das Leben kann manchmal ganz schön witzig sein und spiegelt uns etwas. Es kann in allen Lebensbereichen uns treffen, auch in die Liebe Partnerschaft. Wir sollen nur das bewusst wahrnehmen, aber nicht nur das Leben spiegelt uns etwas, sondern wir auch mit unserem Ausstrahlung. Weil das, was wir ausstrahlen, was unserem Energiefeld ist, genau das ziehen wir auch an. Und so werden wir von anderen Menschen wahrgenommen. Und das ist die Anziehungskraft. Also es lohnt sich mit uns selbst, mit unserem eigenen Energiefeld uns befassen, befreit zu sein mit unserem Denken und Fühlen. Und das Leben dürfen wir auch mal spielerisch betrachten. Und dazu kommt die Zeitqualität, im richtigen Moment, im richtigen Ort zu sein. Und dabei kann ich Ihnen helfen. Und das können Sie als Blitzberatung buchen. Einfach fragen, wie ist meine jetzige Ausstrahlung? Kann ich etwas verbessern? Und wann sind die richtigen Momente? Was soll ich tun? In welchem Ort soll ich mich bewegen? Was soll ich unternehmen? Ist das ein Fest? Ist das eine Einladung? Ist das eine Reise? Oder ist das die Arbeitsplatz? Oder schlicht einfach bei Einkaufen im richtigen Ort zu sein? Alles hängt zusammen. Und das ist die Magie des Lebens. Und das können wir selber bestimmen. Aber bitte nicht andere Menschen manipulieren. Das führt zu nichts. Sondern an uns selber arbeiten. Und dabei kann ich Ihnen garantiert helfen. Und das führt auch garantiert zum Erfolg. Auch in die liebe Partnerschaft. Sie können das als Blitzberatung buchen. Da haben Sie mal in die jetzigen Augenblick, in jetzigen Situationen oder Energiefeld mal eine Klarheit. Und ich kann auch mal Tipps geben für die ersten Schritte. Und das ist mal ein guter Beginn. Und nicht vergessen. Das ist die Anziehungskraft. Was Sie ausstrahlen, das ziehen Sie an. Und eine Blitzberatung funktioniert schriftlich. Sie schreiben mir ein E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung.at denderasusannamedici.com Bitte die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort dazu schreiben. Und pro Frage oder pro Botschaft oder pro Termin kostet 10 Euro. Und ein guter Rat ist immer Gold wert. Und nicht vergessen, die Weisheit im richtigen Ort, im richtigen Augenblick zu sein. Weil so nützen wir bewusst unseren Chancen im Leben. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich blitzschnell. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.